Im vorigen Video haben wir den Begriff Integralfunktion kennengelernt. Das bedeutet, wir haben gelernt, dass wir mit einer Funktionsgleichung wie dieser hier anfangen sollen. Das Ziel dieses Videos ist es nun, den Zusammenhang zwischen so einer Integralfunktion und einer Stammfunktion für f näher zu beleuchten. Dafür betrachten wir jetzt eine Funktion f, deren Graphen wir hier links dargestellt sehen. In dieser Grafik sind außerdem noch die Flächen, die f mit der x-Achse einschließt, dargestellt, nummeriert und es ist auch gekennzeichnet, welche davon ein negatives Vorzeichen und welche davon ein positives Vorzeichen haben. Die Flächeninhalte von a1, a2, a3 und a4 sind hier oben zu finden. Als allererstes sollen wir nun 5 verschiedene Wertepaare der Funktion f hier rechts in diese Wertetabelle eintragen. Da stellt sich natürlich zuerst die Frage, welche x-Werte werden uns jetzt hier besonders interessieren? Kleiner Tipp von mir, wir beginnen am besten bei x gleich 0, gehen dann weiter zu x gleich 1 und dann aber nicht zu x gleich 2, sondern x gleich 3. Denn das ist die nächste Stelle, an der irgendetwas passiert, für die wir uns wirklich interessieren und über die wir wirklich etwas sagen können. Also als nächstes x gleich 3, dann x gleich 6 und x gleich 8. Wie sieht es nun mit den Funktionswerten an diesen Stellen aus? Pausiere dafür bitte kurz das Video, nimm dir eine Minute Zeit, diese auszurechnen und dann werden wir die Ergebnisse vergleichen. Der Funktionswert an der Stelle 0 ist wieder 0. Hier ist noch keine Fläche oder irgendetwas dazugekommen. Dann Funktionswert an der Stelle 1 ist 2, denn das muss genau der Fläche unter dem Graphen der Funktion von f im Intervall 0,1 entsprechen. Das ist genau a1, also 2. Besonders interessant ist jetzt der Funktionswert an der Stelle 3, denn der ist dann 0, denn wir müssen von a1, was wir schon hatten, a2 in dem Fall wieder abziehen und 2 minus 2 ist dann 0. An der Stelle 6 ist es dann 4, weil da kommt dann wieder 4 dazu und an der Stelle 8 ist es dann 5, weil dann noch einmal 1 dazu kommt. Gut, als nächstes wollen wir jetzt ein paar Eigenschaften der Funktion f ein bisschen näher beleuchten. Dafür sind die Arbeitsaufträge 2, 3, 4 und 5 in dieser Box da. Nimm dir bitte so viel Zeit, wie du brauchst, pausiere kurz das Video und fülle den Lückentext aus. Mach dir ein paar Gedanken dazu und wir unterhalten uns dann noch im Anschluss über die Ergebnisse. ignorierter